So, willkommen zurück zu Frostbank, wir spielen immer noch Szenario die Aschen, wo wir Säblinge bzw. Samen von Pflanzen in Saatgutaschen vermater haben, das ist so eine Art Bienen, also Bienen in Bergen und wir versuchen sie vor der ärgsten Kälte zu schützen, das ist gerade unser Speer hier, der ist gerade außerhalb unserer Stadt unterwegs Die Beobachtung von Passau, wir versuchen gelobenen, rissiges Eis, Schneefeld, Brau und Mist Wir suchen mit unserem Speer ja aktuell Dampfkerne, damit wir unsere große Arbeitsroboter bauen Schiss, Dreck Gut, Automat arbeitet hier Keine, dafür geht der Automat raus Du gehst mal hier ran Du musst jetzt unbedingt Kohle fördern Scheiße, komm schnell schnell, wir brauchen Wir brauchen Kohle Ganz dringend Wir brauchen Kohle Wir brauchen Kohle Kohle, Meila erforscht, Holzkole erforscht hier Voll Oioioioi Ich hoffe das verengen jetzt gerade Dann bauen wir mal schnell hier einen Holzkohle Meila Auch gleich mal hier in der Nähe Hier ist ja eh Holz und Holz Notfall so die Produktion irgendwie aufrecht zu erhalten Bauernpflegerin Auch noch Auftrag von uns Auch für Sägewerk Dampfseegewerk Gucken wir mal sonst was geht Spreerfabrik Nach und Treffnis Geht schneller, komm Machen wir das Machen wir erstmal das Wir kämpfen echt, wir müssen überleben hier mit unserem Automaten 5 Pfund Und wo wollt ihr denn hin? Könnt ihr nicht auf den Straßen bleiben, Leute? Wir wollen ja eine Kohle Meila bauen Super Einsatzbereitschaft für euch Leute Wir wollen ja auch Wo will er denn auf den Straßen Auftanken? Achso Scheiße Jetzt wird's ein Jetzt wird's ein Ich bin jetzt hier so voll Okay, der setzt sich da einfach drauf Okay Wenn das so funktioniert Wenn das so funktioniert Ah, ich kann jetzt auch nicht noch so ein Ding bauen Da hab ich hier noch eine höhere Ah, noch so noch eine höhere Kohleverbrauch Ich muss das ja dulden, dass die ab und an mal hierher rüber läuft So Und du, Kollege, du bist auf dem Weg zum Auftanken Na geil Jetzt wird's eng Jetzt wird es eng Jetzt wird es eng Es wird eng, es wird eng Es wird eng Es wird eng Bier Bier Hier Maximal rein Empfangen Was war das nochmal? Jetzt packen wir auch noch so Dann kommen wir zumindest ein wenig an Kohle 10 11 12 Jetzt wird die Kohle besser Oh oh Gleich wird's kalt Wenn ich dann auf Stufe 2 schalten müsste Dann wird's scheiße Ich hab ein Auto Hier ein Auto nochmal Da, wo es ein dritter Auto bleibt Oder genau Und Aus Du gehst An So, wie war das Frost? Ist das hier? Ach ja Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorzumachen wollte Und zwar Und zwar Behaken bauen Ja Hier wird gearbeitet Da wird gearbeitet Hier wird gearbeitet Hier wird gearbeitet Ich kann's schauen, wie kalt ist hier Hier ist es schon kalt. Arbeitet hier jemand drin? Ja, machen wir mal die Eizung mehr an. Na gut, das ist so. Der Generator fährt hier runter, wieso das so? Warum fährt der Generator? Da ist ja genug Kohle da. Die Eizung ist ausgefallen. Wollt ihr nicht. Arsch. Kalt. 30 vorstunde. Jetzt 60 vorstunde. 600 Todentag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind es schon ein bisschen kühl, erträglich. Kann ich das sogar ausmachen? Es ist immer noch warm. Ja, voll. Muss ich das hier ausmachen. Die Wettkirche ist runter. Erträglich, erträglich. So schön. Oh Gott. Wie viel verbrauchen wir jetzt? 54 Kilostunde. Dann machen wir hier mal ein paar rein. Gesetz kann ich noch nicht. Aber... Aber... Ja. Zeichenmaschine. 75, ist egal. 70 mal. 70 mal. Ingewiesen. Zack. Versteigern. Wir haben ja zwar jetzt ein bisschen Holz verbraucht, aber... Glauben... Auf Dauer, weil das ist die richtige Entscheidung. So. Ja. Die Heizung hier hin. Er will... Auf dem Weg zum Auftanken. Ja geil. Ich baue dir gerade hier so ein schönes Türmschneiden. Und du kommst weg. Nahrungsmittel haben wir nicht. Oh. Der hat was... gefunden. Unser Speer. Frostland. Regenbogen. Neuer Orientierungsbogen. So. Und dann. Da. Nichts wertvolles. Ähm. Enttönt. Aber vielleicht können wir... Reichen. Arbeiter Außenposten. Dampf. Laster. Okay. Mach weiter. Arbeiter Außenposten. Riesiges Eisfeld. Dampf. Laster. Dampf. Laster. 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 Komm. Bitte. Bitte. Finde. Dampf. Kerne. Ich werde noch wahnsinnig hier mit meinen Arbeitern. Die lässt mich auf die Reihe bekommen. Die sind ständig am Frieren. Ich will endlich mehr Roboter haben. Wir sind schon einamportiert hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon frei. Für. Ab. Weiter. Ne Quatsch. Für. Verhaken. Das ist schon frei. Ich habe noch keinen Platz. Holz. Wie viel Holz brauchen wir? Bracke, 20 Holz, schnell. So. 170, komm, komm, komm. Ja, hätte ich jetzt die Karte so. Bis 20 Uhr. Oh, mein Stahl geht auch langsam zur Neige. Oh, scheiße. Vielleicht gehen wir dann nicht mehr ganz so effektiv in die Forschung. Was war das nochmal? Sanitätsstation. Und wir haben bestimmt hier einen Patienten. Vier. Ich hab neun. So, in der... Mein Wiener ist immer mal hier ein. Los. Fünfte. Müssen wir so behandeln, wie sie grad sind. Unzufriedenheit. Drei Wege Überstunden. Ein Notfallschicht. Einmal unten. Und neben der Entscheidung. Und mehr ist es echt nicht hier. Das ist ja überragend. Werkstatt kühl. Gut. Machen wir mal an, dass ihr euch nicht erkältet hier in eurer Werkstatt. Ja, wir arbeiten aktuell. Zwei Automaten. Obwohl er auch sehr kalt hat. Komm mal an. Heizen wir ein bisschen. Oh. Oh, du komm mal an. Oh. 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 dass mir grad wieder die Kohle ausgeht ähm, dann die Stufe 1 ok ist er ausgegangen ok Sägewerk muss überschritten machen ja Überschritten bitte Sägewerk ist voll scheiße scheiße meine Speer findet bitte oh und ich seh grad sind schon wieder über 17 Minuten vergangen deshalb beende ich mal diese Folge hier von Frostmark ich sage tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal ja, das wars ja 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 ja